Moin Leute, willkommen zum nächsten LOL Let's Play. Wir spielen wieder 5 gegen 5 ranked. Dabei ist Leon, zwei Türken und Panda. Das ist aber ein anderer Panda. Ja, nicht verwechseln mit dem anderen Panda. Der ist besser. Hat er nicht gesagt. Passt. So, wann kommt Baylife? Wo ist Baylife? Was habt ihr für Informationen bei euch? Er heißt Nico. Er heißt Nico und kommt aus der Nähe von NRW. Hey, fuck. Habt ihr seine Adresse? Wie sieht er aus? Was ist der morgens? Wie lange schläft der? Er ist Cox. Kann man nie nachts am Fenster beobachten. It's raining dicks. Halleluja, it's raining dicks. Also du, falls du's hörst, kannst du dich merken und sonst verpisst du dich wie immer. Sonst verpisst du dich wie immer. Die Welt. Ja, man. Junge, du warst da mit der Welt in der Lucha, Junge. Ja, man. Ja, man. Jetzt sagt er so Ja, man. Obwohl er der Lucha war. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Los, sag mal. Soju. Hi. Weil er keinen Bayer hat. Ja, hab ich schlecht. Hast du echt keine Ahnung, dass du eine Aufnahme zu machen warst? Die Glopide. Hab ich nicht gemacht, ne? Nein. Du musst dich wie früher sagen. Du bist wie so ne Pussy. LOLL! Geht auf Fragers! 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 Ich bin drin! Ja! Ich bin drin! Warte, zwei, eins! Ja! Nein! Hilfe! Nein! 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 Ey, Mann! Was war das? Null Stimme! Was war das? Oh man Zwei für drei Wurm Ich hab einfach in vier Leute reingeflasht damit ich den vierten Outtake für Bronros bekomme Mann Emre du Arschloch ey Ich hab dafür geflasht Ey, ihr müsst stayen ne Ey, ich echt muss bleiben Alter, Alpha, du musst mir helfen Alter, Alpha Alter, Alpha Jaja, aber dann krieg ich den Grump Ich muss ein Camp nehmen Du musst, ja, du musst eins kinken Wirklich, aber dafür musst du tanken Ja, ich tank dafür krieg ich einen Rump Und dann hältst du mein Blum Musst du smiten? Ja, du musst mal Ich kenne den Dingens, ne? Du musst die Erfahrung nehmen Nein, eigentlich musst du die Erfahrung Ja, du musst auch ein bisschen Erfahrung mitnehmen Pass auf mit meinem Blutung Ich hab ein bisschen Erfahrung Hast du Blutung? Ich hab kein Dingens, ne? Du musst nicht mehr rum Mehr kann ich nix machen Den musst du alleine nehmen Lol, ich kann keine weh Nice Danke Richtig sexuell, alter Was? Toll Geh doch rein Der Invade war göttlich, ey Der war so geil Wie ist ein Bilderbuch, Junge? Einmal, einmal, das Ja Dieser Invade, der geht in die Geschichte ein Ja Ja Ja, in die Aufnahme gehören wir jetzt sonst nicht, hallo? Nee, nee Wir haben die Welt noch nie zuvor gesehen René Adler René Adler Ist ja gar nicht René Adler Sondern Manuel Neuer Ha 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 Lass, lass das Lass, lass das Das ist doch Baduldoja Ich bin Baduldoja Aber lass doch, dass du's zum Redbuck machst, Emran Ey, dann ist schon locker weg Ey Jürgen, der Kenne, der drückt einen unnormalen Schaden, Mann Soll ich Kopf kommen? Ja, komm Ja, komm Komm Junge Hier ist schon Gragas Aber Er sucht Liebe Okay Junge, next please, Junge Was? Next please German is next, doch mal German is next Lies Next Good job, Leon Good job, Leon 50 Sekunden Flash Ich weiß nicht Leute, der hat schon Trink-Ding Hättest du Ignite Auto-Tech gemacht, wenn du hättest Ja, aber Ich weiß schon, aber Ich lass mal lieber Oder ich versuch ihn jetzt Mal Port-Back Schade Hast du's denn jetzt auszudribbeln? Auszudribbeln, ja Hehehe Hehehe Auszudribbeln Klatschow Kick Haku Na Matata Mhm Der Junge hat's verstanden Der hat's verstanden Der lebt doch in dieser Materie Arterie? Oder Arterie Loll Da haut er die Arterie raus Der Fluss ist gewordet, Leon Stilles Wasser ist Beef Ich hab' meinen Deck-Camp-P-Gags Ich hab' meinen Deck-Camp-P-Gags Ich hab' meinen Deck-Camp-P-Gags Ich hab' den Kritschern-Kritt-Handschuhe So, ich geh' back'n Dann komm' ich mit einem effizienten Gank in die Mitte Ja, okay, find' ich gut Loll, warum wardest du da? Safe-Spot, das Safe-Spot? Und zu mir Weißt du, ob die irgendwo gewordert haben Mr. AFK mit Lainer? Ja, die hat nirgendwo gewordert Ich hab' die Summoners ab Summoners ab? Ähm... Ja, hat's er Gut, warte Ich hab' Ult Pogo, sollen wir rein? Hm, können wir Wir können popen Dieser Gagas ist ein Noob Kann gar nichts Geiste Fress Boah Gefressen werden Good job Oh, hier ist Ken Ken ist nirg Ah, der ist hier Ich hab' hier Ich hab' hier In 40 Sekunden nirgert Wollen wir einfach auf Level 6 warten? Na ja, da sind die Summoners stärker Ja SS SSO 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 Ist's mit Mist? Der hier ist Mist Ey, ich hab' DC Haha Gut Job Fällt ihr mich? Nein, hallo? Leon? Ich hör' dich nicht Was'n los? Leon Leon ist auf K Was'n Noob Ähm, siehst du uns, dass wir bewegen, oder kannst du dich hin und nicht bingen? Beides nicht Hä, ich hab' einfach nur einen Ping Main Main Jetzt wüsste ich sie Hä, macht nicht mal Sinn Doch Hä? Was jetzt? Ja Jungen Team Media auch hier Hä? One Ice Gang Dagar ist in Spot Mütet ihr dich Ja, nein, ich bin hier Ey, soll ich wieder da sein? Dagar ist immer noch hier Was'n pushen Ja, ich kann da reconnecten Junge, das heißt eigentlich nicht Wendet, Mann Time is wasted Wasted money? Man, die fließen jetzt Ja, ja, ne Die werden nicht schon pushen Junge, der wird nach Strich und Farmen rasiert, Alter Mist Rein Könnte runterkommen, pass auf Ne, ist hier Loll Papier Wir werden mit Blue Ja Ich hab ja gerade was Haben, haben die gesteilt Irgendjemand von uns hat den, ne? Ich konnte nicht widerstehen Ich konnte nicht widerstehen Hä, bei mir? Ach, jetzt ist das schon so Fakt wird erstmal sofort Abuse und man auf Geist Ja, hallo, das, äh Die Zeit, die du weg bist, ja? Wir können ja jetzt steilen Wir müssen effizient genutzt werden, ne? Ja, klar Keine Bezahlung für die Zeit Können nachher Drake machen Ja, aber ich... Loll, Junge, der Typ ist aber hier Loll So, ich geh back und dann kommen hier irgendwo mit Guilty Gangen Okay Ja, klar Oh, lol Ich wollte Cure drücken, ne? Ich kann mit dir kommen Warte, ich bin noch nicht in Range Ja, die ist gerade Ja, die ist gerade Momentan Hast keinen Fressen mehr, ne? Ist auch gay Ne Ist aber auch nicht so schlimm Dragas, der geht weg War der low? Nein, der war full Können wir Drake machen? SS Wir müssen Drake machen, ich brauch die Stacks, man Komm schnell Okay, lass erst das Ding machen Oh Okay, lass erst das Ding machen Machen wir den direkt nicht Ne, jetzt machen wir den Ich kann den fressen Nein, nein, ich brauch den Hast du? Bringt das was? Keine Ahnung Mit der komm Ich kann fressen Go go Ah, der läuft genauer Los, los, los Ich bin zu lang Ah, da ein Ding ist, komm Crash Crash ist, äh, den geh Nicht Die stirbt, hoff ich Die müsste down sein Normalerweise ja Redbox, man chillt es Ja, ich hatte auch noch Redbox drauf Ich glaube, ich wüsste Naja So good job war das jetzt nicht, aber Egal, tot, tot Können wir ihn töten? Ne, doch Klar, doch, der ist So viel So viel Hält nix aus der Typ, aber Ist zu viel gepusht Das ist immer ein normaler Wort Könnten wir eigentlich fighten Wir dürfen nicht Welch hit muss er draus sein? Ich hab ihn hofen Ja, ich bin sauber runter Ich hab ihn Mal gleich bot lane Das Gute ist, jetzt hab ich einen neuen blue buff bekommen, ne Lass es mal im Leben, lass es noch ein bisschen Lass es noch ein bisschen Lass es noch ein bisschen Ich hab halt alles ab, ne Ich hab halt alles ab, ne SS-Mitte Ja, ich hab hier vielleicht alles Man kann einfach während Cure an ist Und nicht flashen, man Wie behindert ist das? Komm mal, ich bin gleich da Aber ich komm ohne Ulti Ich hab kein Ulti Komm noch mal einer Ich hab hier Okay Okay, pusht rein schnell Oder wir wissen jetzt, wie ich hier bin Mal schauen Ja, die wissen das Ich will Hilfe Ich bin tot Ja, der meint Bait ist die man, ich hab Teleport Die kommt schon, ne, echt nicht Bait ist die man, ich hab Teleport, man Ich rasier die andere Ja, so Du bist weg Justin, alter Ich will die Ja, die brauchen kommen zum Hast du die gemeint? Dann ist die tot Geh weg, lass sie, geh weg Nein LOL Nein LOL, die gehen weg Hinten die töten Anna Wir wissen, wo diese Oriana ist Das ist Kragos Es ist Kragos Leon, brauchst du Blue? Ja, ja Ich verarsche nass Ich krieg nen Kollaps, Alter Ich bin da Wer noch? Nein Nein Lalım Putz, Digga Teller viel, Mann Ich habe nur Anlag ihn, dass ich mal reinflaschen, wenn ich das Feld schieß, Alter Apropos Autotapen Ey, das wird kein Flasch Hattest sich gereimt aus maus rein alpha bitte ich wollte eigentlich nur durchgehen das ebene das ist witzig das andere ist auch immer mit alpha ich holte gleich aber das hat nichts damit zu tun ja dann lassen wir mal hin so ich geh hin das probiert ja toll kennen kommt boah leon kenn kommt Alli Anima Komm nicht ran alter Pass auf hinter mir Jetzt kann ich hier raus kommen das wäre doch gut Yo alter LoL Das ist so ein Mini, ne? Ja, ich hab noch keinen Schreck, ob sie rausbekommen Alter, der hat mich gekrittet Ich hab den Quinsch mal bekommen Okay, aber sie hat 25% gekritt Ich hab meine Ulti vergesst Hätt sie getroffen, ja wahrscheinlich gewonnen Ist der Blue-Buff jetzt immer noch da? Ja, der Trash rein von dem Busch Lass mal mal hingehen 4-0 Sibi, Junge Sibi ist Mist Ja Geh mal hin Ich hab meinen Fressen, ich fress den an Junge, wie die einfach auf mich raten, die holen sie, ne? Ja, move Ey, das ist so dumm, Mann Track denn ab, oder? Naja, ist er Oh, Leon Ja, er findet aus Ne, ne, ja doch Ja, der Ulti raus Ja, der Ulti raus Ja, und Greg ist auch raus Wow, du meinst kill die alle Da ist der Moe Wie er wirklich rein tippt Ich komm auch Aber mit so wenig leben Er war noch riesig low im, what the fuck? The fuck Ich hab meinen Q nicht rausbekommen Backpack, 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 backpack Backpack, backpack, backpack Naja Naja Hast du Emre? Nice Schön Schön Er sieht ja kein Flash Er sieht ja kein Flash Aber Da viel Versuch zu Moven I like to move it Moritz Ja, die werden nicht kommen Lass ihn der Mitte Lass ihn der Mitte jetzt Ja Ja Was ist das für ein Kennenitem, Beltman? So In Ordnung Braucht man niemals kennen, man Ja Ja Er hätte vielleicht Spellnetman bauen sollen In der Theorie kann er nicht so gut kiten Aber in der Praxis ist er einfach viel zu behind Ja Er ist einfach trotzdem tot Ja Bluten, Junge, wie lange hält das? Ich hab einen Ulten, ne, Mitte Bluten kostet alle 30 Seiten Die war doch drin, oder nicht? Tanken Warum kann das eigentlich tanken? Ah, komm, wir go Versch, und? War ne nice Orion Ey, lass versch, lass versch, versch, versch Versch talking Geist Ich krieg nix abwetten Ne Noch Ult, also ich hab mal alles ab Du machst es ab Ey, warte, lass mal wegkommen Wir können nicht bleiben, komm Ja, go, go Aber ich kann nicht mehr so viel trinken LOL Liga, ich bin in Richtung Nice Nice Ey, das war so ein richtiger Bronze im U-Kon Wer ist denn Loan, ne? LOL, meine Gneihe drüber LOL, das ist die Gneihe Hm? Aut attack, Aut attack sie Dann kommen die Stacks drauf Ah, scheiße Geh weg Ken kommt, Ken kommt Ich hab noch Flash Leit vielleicht rüber und ich bring zu dir Okay, komm Wah Danke Kein Problem Ich geh zurück Ah, ich geh zurück Ähm Geh, Boots Leon kann ich? Blue? Ja, ja, genau So So Wie, wie ist die Faust so auf, äh Auf Shogard? Nicht gut Nicht gut naja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Hemor, du kriss unten, sei ... Ja okay Geh hin Ja, ja, okay Ja, ich krieg was Nein, lasst mein Ward da stehen ihr Pisser Fick euch, ey ja hier die sind hier haben wir die bleiben wir da stehen der geht da 60p ja ich konnte ja ich kann nicht da kommen zwei ich kann auch baron machen doch ich fress den auf ja ich hab da noch ein einziges einfach was auf da oben warte 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 hast du meine passiv kommt nach jedem zweiten autotag man richtig geil die urina uri hat er noch genug kragas wäre fast gestorben und meine aber gargast schon lange weg Ja, ne? Fakas ist bei den Problems Okay Weg Pass auf, ihr kommt zu euch! Gern, Nester! Für Sport! Argas! Was zur Hölle, Leute? Ja, fuck, Alter! Äh... Ja, ich bin tot. Ich kann jetzt nichts machen, ey. Immer dieser Alper. Ja, ja, ist doch in Ordnung. Hätten die auch fast gefeilt. Ich hab die Barren noch nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Komm, 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 komm! 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 Oh, Leon! Hey, du bist echt gestorben, Alter! RIP! Komm, nach hier! Ha, ha, ha! Oh, oh! Boah, Jungen, ich hab's so outplayed, ne? Yes, n! Oh, nein! Get rekt! Junge, das war ganz knapp, sonst hätt ich das auch noch outplayed. Get rekt! Ja, guck mal. Das Ding ist ja was übelst outplayed, aber du leidst dir das einfach Bullshit. Ja, 4, 4, 3. 6, 5, 5. Jungen, das ist für den Weltalltag im Osten nicht. Boah! Was für ein geil, Alter! Ja, los! Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen topwards. So Richtung Baron. Was? Lass mir mal, der farm. Lass mir den, bitte! Was? An, Alter, lass mir den. Boah, ich bin BTC! Das ihr könnt, kann ich schon lange, Junge! Ja, komm! Was ihr könnt, kann ich schon lange, Junge! Oh, 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 10 Grad vermarkten Minecraft Mark Ja, Mann Voll draußen Wer? Sehen wir? Naja, wir müssen entschuldigen Hast doch, Emrah, du ekelhaftestige Scheiße Bitte Wir sind auf jeden Fall Baron worden Nein Oh mein Gott Nein Scheiße, scheiße Wuh Der schon Put in 2 Handy industrial closer Michelle Brute Wie 這是 dagegen Das Gress Die Marke Was ist er? Was ist er? Hehehe Ja, Darions Boah, gewollt Ich geb den Drag Am Nein! Oh, den sehen sie, scheiße Abbotts wir können auf die siebe entgegen ja wir müssen nicht fighten ich werde jedenfalls alle rasieren upgrade my trinkets hier leute waren top ich brauche noch ein bisschen kohle vorgeholfen ach scheiße lol next piece alter toll nice ulti drauf tank das mal lol intermute gg so das wars wir sehen uns das nächste mal ciao 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 ciao